Was ist KI und Big Data? KI und Big Data spielt meiner Meinung nach auf zwei Ebenen eine Rolle. Es gibt die konkrete inhaltliche Ebene, da spielt es eine recht verbreitete Rolle. Das heißt, es wird an verschiedenen Stellen versucht, Jugendliche zu sensibilisieren für Aspekte von Big Data, von Interessen von großen Konzernen, von künstlicher Intelligenz und Datenauswertung. Und es gibt meiner Meinung nach die Hype-Ebene. Also so wie in unserer Gesellschaft über künstliche Intelligenz und ihre Möglichkeiten geredet wird. Und meiner Meinung nach wird in der Jugendarbeit nach dem großen Hype nicht viel übrig bleiben. Der Jugendverstärker klingt recht interessant und entsprechende Angebote haben schon ein Potenzial für die Jugendarbeit. Ich glaube aber, bei Lichte betrachtet sind die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz am Ende, auch wenn man noch die Entwicklung eindenkt, zu schlecht. Und vor allem finde ich ethisch viel zu bedenklich, um sie dauerhaft in der Jugendarbeit einzusetzen. Und das ist eine Initiative der Können. Und da in der Jugendarbeit einzusetzen, um sie das Schildkatzen, um sie das Schildkatzen an! Und von der Jugendarbeit einzusetzen, um sie das Schildkatzen an! Und das ist nicht im Umfeld. Untertitelung des ZDF, 2020